Logbuch der MS Kompugotschi. Wir schreiben das Jahr 2001. Nach Lichtjahren der Suche der verschwundenen Bewohner des Sternes Kompugotschi befindet sich das Raumschiff abseits unseres Universums auf dem Weg zur Erde. An Bord eine Ladung der fast ausgestorbenen Kompugotschis. Sinn und Zweck dieser Reise besteht darin, die Eier der Kompugotschis sicher auf die Erde zu bringen und einem Erdenbewohner zur Aufzucht zu überlassen, damit sie später wieder zum Stern der Kompugotschis zurückkehren können. Bin ich dein Freund? 220 Watt 22 24 22 23 24 25